1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das heißt, das hier wäre so gesehen der nächste Abschnitt für Lagerräume. Und dasselbe auch hier wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. So. Kommen wir aber auf der Seite mal weg. Um die Halle zu erweitern, ja. Mhm. Das können wir dann hier unten auch gleich mal planen. Also so. Da und da weg. Ja. Machen wir auch erstmal hier weg. So, dann hätten wir hier die Lagerräume. Hier und... Hier. So. Können uns dann da erweitern. Was brauchen wir hier erstmal? Ich brauche ne... Gucken wir mal kurz. Workshops. Farming. Oder gucken wir erstmal Cloth & Leather. Ich brauche ne Lume auf jeden Fall. Und ne Cloths Workshop, ja. Ich brauche aber auch nen Farmers Workshop. Ja. Ist jetzt gerade die Frage, brauche ich das... Achso, ja. Doch, die Lume. Brauche ich, um Pigtail in... Äh... Pigtail Fivert oder Pigtail Fivert ins Cloth zu verwandeln. Und der Cloth Workshop braucht das Ganze dann, um daraus Klamotten zu machen. Mhm. So ungefähr der Plan. Wie sieht es hier mittlerweile aus? Ah, hier wird gegraben. Gut. Und ich hätte wahrscheinlich doch nach oben graben sollen, instatt nach unten. So, die verlassen uns bald. Das ist in Ordnung. Jetzt wird hier erstmal ausgegraben. Und ja, ich muss wahrscheinlich den Leather Workshop und die Fishery abreißen und verschieben. Ich habe auch nichts gefunden. Hm, auch was Neues. Aber immer noch nichts. Das heißt, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als immer weiter zu graben, bis wir aufs Sandgebiet stoßen. Ich hoffe mal, dass da Sandgebiet ist. So, die ersten Rockkoffers sind fertig für hier oben. Ja, jetzt mache ich erstmal was komisches. Nämlich, ich repainte das hier und repainte auch den hier. So. Und dann Furniture. Chest. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Okay, der ist noch nicht platzierbar. Hm. So, dann hoffe ich, dass sie jetzt die Dinger in der Zone benutzen. Äh, nicht Barrow, Zone. Äh. Äh. Ja. Genau, dann können sie das nämlich in den Koffern. Some Migrants have arrived. Farmer Guild has been established. Oh, wie nett. Gucken wir mal. Newcomers sind ja markiert. New arrival. Beekeeper Miller. Zwei Kinder. Okay. Okay. Kann ich jetzt noch ein Rockkoffer hier hinstellen? Ja. 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 So, was sagen meine Tasks? Die anderen Ohrkoffers werden auch gebaut. Ich hab hier zu viele Hunde. So, dann werdet ihr beide erstmal abgebaut. Gut, und neu aufgebaut. Also, ich baue den Fischer und den Farmer am besten hier drüben. Den Leather hier und den Tillen hier und den Kloff hier. Also, fangen wir an mit dem Fischer hier drüben. Nee, ganze Construction. Ich will... Ich will ja... Fischer... Ruhig aus Limestone. Fischer will ich hier. Dann will ich... ...den Farmer noch da haben. Farmer... Dann als nächstes... ...den Leather Workshop hier. Dann den... ...die Loom... ...hier. Und... ...noch den... ...Kloff... ...also den Kloffs Workshop... ...nicht hier. Wir müssen noch eins ausgraben. Nicht hier. Wir müssen noch eins ausgraben. Wie sieht's eigentlich jetzt mittlerweile hier? Wir finden echt keinen Sand. Das gibt's doch nicht. Ich... ...laanz... ...olig... hm... ...nicht hier nicht. Also... ...nicht hier nicht. Limestone, das sieht man. Äh, Workshops. Äh, Cloth's Workshop. Der kommt hier hin. Auch ruhig aus Limestone, so. So, dann mach mal die ganzen. Eine Petition. Also ja, Gildenhallen muss ich auch demnächst mal mich drum kümmern. Ich werde jetzt mal ein bisschen mein Großprojekt hier vorantreiben. Um mal meine Leute anweisen, hier das ganze Ding zu schleifen. New Guildall. Hm. Nee. Lassen wir das erstmal so. Und platzieren jetzt erstmal lieber Workkoffers in den Räumen, die noch keine haben. Okay, eine scheint noch irgendwo rumzudümpeln. Ändern wir das Ding mal und packen hier auch Cloth rein. und gehen zu dem Stockpile und nehmen hier Cloth mal raus. Ah ja, und Sheets auch mal. Können wir hier auch Sheets verstauen, so. Gut. Gut. Das Erste. Wir haben tatsächlich noch Tiere, die verhungern können. Hm. Das finde ich nicht gut. Ich meine, ich habe hier ja extra eine Zone. Ähm. Nee, jetzt haben wir wirklich nur Hunde. Hm. 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 Ah, jetzt sind die Workkoffers complete. Jetzt sollte ich auch den letzten platzieren können. So. Also manchmal ist dieses Spiel komisch, ey. Aber eigentlich sollten jetzt alle die... Oh, habe ich hier noch keinen platziert? Okay, das erklärt, warum ich noch einen übrig habe. Nee, nee, nee. So. Äh. Nee. Habe ich sonst noch irgendwo irgendeinen übersehen? Ich glaube hier drin ist auch noch keiner. Dipp. Nee, da ist Building Present. Okay. 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 So, gucken wir mal kurz nach unserem Squad nochmal. Äh. Äh. Nee. Sieht komisch aus. Naja. Okay, ich würde aber mal sagen, es ist wieder soweit. Save and Return to Title. Save this Timeline. Und da gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Da bin ich. Hey.